Fünfmal so viele Rendite wie der MSCI World, das hat der ARC Artificial Intelligence ETF über das letzte Jahr geschafft. Wir schauen heute mal rein, wir suchen den besten ETF zum Thema Automatisierung und Robotisierung. Und der ARC Artificial Intelligence ETF ist ein heißer Kandidat dafür. Aber wir beginnen zunächst einmal mit dem iShares Automation and Robotics ETF. Der ist nämlich so ziemlich der größte oder einer der größten in diesem Umfeld mit 2,77 Milliarden Euro Fondsgröße. Und deswegen ist es auch unwahrscheinlich, dass der ETF zum Beispiel aufgelöst wird vom Fondsanbieter. Wir haben mit 0,4% einen relativ günstigen Branchen-ETF. Es gibt durchaus ETFs, das werden wir gleich sehen, die deutlich teurer sind. Dennoch sind 0,4% TER nicht sonderlich günstig. Breitgestreute Welt-ETFs liegen hier nochmal bei der Hälfte. Die Ertragsverwendung ist hier thesaurierend. Es gibt aber auch einen iShares Automation and Robotics ETF, der ausschüttend ist. Das bedeutet, dass dann Dividenden, die die Unternehmen in diesem ETF ausschütten, auch an den Anleger ausgeschüttet werden. Der ETF, der ausschüttend ist, sieht man hier mit 173 Millionen Euro Fondsgröße, ist deutlich kleiner, aber jetzt auch nicht besorgniserregend klein. Die Abbildung ist physisch. Das bedeutet, dass die Aktien, die im ETF oder im Index enthalten sind, auch tatsächlich erworben werden und den ETF also so abbilden. 141 Positionen hat der ETF aktuell und die Top 10, das finde ich sehr gut, machen nur 27,26% aus. Insofern erstmal ziemlich gute Rahmendaten. Den ETF gibt es auch immerhin schon seit 2016 und was besonders spannend ist, ist, wie er die Unternehmen auswählt, also diese 141, die in ihm enthalten sind. Und zwar ist es so, dass die Unternehmen mindestens 50% ihrer Umsätze mit Automation und Robotik, also Automatisierung und Robotik generieren müssen. Dazu werden sich eben detailliert die Umsätze der Unternehmen angeschaut, also man macht eine umfangreiche Umsatzanalyse und schlüsselt da genau die Geschäftsbereiche auf, womit Umsatz erzielt wird. Und zusätzlich gibt es hier auch noch ESG-Kriterien, die angewandt werden, also Unternehmen, die mit kontroversen Waffen oder Unternehmen mit Verstößen gegen UN Global Compact Richtlinien sind ausgeschlossen. Man sieht hier eben auch ganz gut, dass die Unternehmen relativ gleichgewichtet sind, nämlich alle mit ca. 2,5% Gewichtung starten und sich dann eben über die Zeit bis zum nächsten Rebalancing ein bisschen entwickeln. Aber dadurch kommt eben auch diese geringe Top 10 Gewichtung zustande. Man sieht natürlich auch, dass vor allem Nordamerika vertreten ist, aber immerhin 20% Europa und 16% Asien zeigen, okay, dieser ETF ist dann doch weltweit gestreut. 60% USA oder knapp 60% USA Exposure ist eigentlich mittlerweile schon fast wenig oder völlig normal. Auch zu erkennen ist, dass die Unternehmen, die besonders gut laufen, wie dann zum Beispiel auch mal kleinere Unternehmen wie Snowflake, Autodesk oder Rockwell Automation, dann hier auch eine höhere Gewichtung bekommen. Und eben nicht nur die Giganten AMD, Nvidia und Co., die typischen Titel, die man eben auch sowieso in einem weltweit gestreuten ETF immer hochgewichtet hätte, dass eben nicht nur die dabei sind und sogar in dem Fall wieder mal ein deutsches Unternehmen mit Siemens, die sicherlich auch von der Automatisierung oder von dem Thementrend profitieren. Insofern, Produktkriterien gefallen ganz gut, relativ günstig für so einen Branchen-ETF, Fondvolumen groß und das Portfolio ist nachvollziehbar. Man hat hier eine relativ breite Streuung mit über 100 Positionen und dieser Reduzierung in der Gewichtung. Also formal sieht das erstmal ganz gut aus. Wir sind mal gespannt, was das gleich in der Performance bringt. Bevor wir auf den ARC-ETF gucken, auf den alle sicherlich schon ganz heiß sind, gucken wir zunächst einmal auf den Robo Global Robotics and Automation ETF, ein ziemlicher Zungenbrecher. Hier sieht man schon mal gleich, der ETF ist doppelt so teuer, also mit 0,8% TER doch schon ein Stückchen teurer als der iShares ETF von eben. Und das Fondvolumen mit 594 Millionen ist dann doch etwas kleiner, aber auch nicht besorgniserregend klein. Ich würde mir jetzt hier auch keine Gedanken machen, dass der ETF aufgelöst wird. Was hier auch ganz schön ist, hier kann man sogar vermögensbexame Leistungen sparen und einen Sparplan einrichten, auch eine physische Indexabbildung, thesaurierend. Insofern auch alles gut, alles okay. Die Anzahl der Positionen ist kleiner, sind also weniger Aktien im ETF enthalten. Hier haben wir auch tatsächlich eine Tracking-Differenz angegeben von 0,62%. Das bedeutet, dass der ETF 0,62% schlechter gelaufen ist als der Index. Das ist insofern aber nicht verwunderlich, da die TER von 0,8%, also die Kostenquote mit 0,8% angegeben ist. Insofern sind 0,62% kleiner als 0,8% und insofern ist das eigentlich positiv zu bewerten. Der Anteil der Top-10-Aktien hier sehr gering mit 17,92%. Das gefällt mir persönlich, der eine große Streuung mag, immer ganz gut, aber bei so einem Branchen-ETF ist das eben immer die Frage, ob das wirklich der Wert dahinter ist. Man sieht, hier sind ziemlich unbekannte kleine Unternehmen mit dabei. Symbiotic, okay, Ambarella, Fanu Corporation aus Japan, also Fuji ist dabei, die kennt man wahrscheinlich auch noch. Teradine haben wir auch schon öfter mal gesehen, aber nichtsdestotrotz, das sind eben nicht die typischen großen Chip-Hersteller wie NVIDIA oder AMD zum Beispiel und die Gewichtungen sind sehr, sehr klein. Der Index hinter dem ETF, also der Robo Global Robotics and Automation Index, klassifiziert erstmal die Unternehmen in zwei Kategorien ein. Zum einen in Technology, da gehören dann die Themen Sensoren, Computing und AI dazu und das Thema Applications, also da gehört alles, was mit Manufacturing, Healthcare und Consumer Products zu tun hat. Die Auswahl erfolgt durch ein, das ist jetzt spannend, ein Expertengremium und durch eine Bewertungsmethodik, die dann Umsatzreinheit, also wie viel Umsatz machen sie tatsächlich mit ihrem Kerngeschäft und wie viel Bezug hat das zu Robotics und Automation, mit der Marktführerschaft und der technologischen Führerschaft zu tun und sie beurteilen das Wachstumspotenzial. Also da ist schon ein breiter Raum in mindestens zwei von vier Punkten für Interpretationen geboten und der Index wird quartalsweise neu gewichtet, startet immer mit einer Gleichgewichtung, um eine Konzentration und Diversifikation zu gewährleisten. Also auch das klingt super spannend, deswegen eben auch die kleinen anteilige, die breite Streuung und der Fokus auf kleinen Unternehmen. Man sieht hier, was ich auch cool finde oder auch spannend finde, dass Amerika oder die USA relativ gering gewichtet sind, Japan ist mit dabei, relativ hoch mit 20 Prozent und auch Taiwan, Deutschland, China und so weiter machen was aus. Generell, also hier eine geringere Nordamerikagewichtung und man merkt jetzt schon, ohne dass wir auf die Performance geguckt haben, dass dieser ETF einen ganz anderen Ansatz fährt als der iShares Automation ETF. Also hier noch weniger USA-Gewichtung, noch mehr Gleichverteilung und noch mehr Fokus auf kleinere Unternehmen, aber eben durch dieses Expertengremium, was das Ganze noch ein bisschen, ja, ich sag mal, fondlastiger macht. Bevor wir zum beliebten ARK-ETF kommen, hier noch der Global X Robotics und Artificial Intelligence ETF. Der ist tatsächlich mit 0,5 Prozent TER, Gesamtkostenquote, wieder ein bisschen günstiger, hat aber eine TD-Tracking-Differenz von 0,52, das heißt schlechter sogar als die Gesamtkostenquote angibt. Aber auch hier sonst wieder die typischen gleichen Faktoren wie physische Replikation, thesaurierende Ertragsverwendung und ein ganz geringes Fondsvolumen von 69 Millionen. Ich will nicht sagen, dass der ETF bald aufgelöst wird, aber das Fondsvolumen ist eben schon deutlich kleiner und es sind auch nur in Anführungsstrichen 49 Positionen im ETF dabei und die Top 10 machen 60 Prozent aus. Also damit haben wir jetzt schon mal das komplette Gegenteil von den ETFs vorher, die Top 10 dominieren hier komplett, Nvidia mit dabei, ABB dabei, also hier wieder die großen Player, Intuitive Surgical, auch eine bekannte Aktie, also hier sind wieder eher große Aktien mit dabei. Auch hier sieht man, dass Nordamerika tatsächlich gar nicht so hochgewichtet ist, beziehungsweise die USA auch nur mit 50 Prozent gewichtet sind, Japan sehr hochgewichtet ist, also insofern so eine Mischung aus den ersten beiden ETFs, die wir gesehen haben. Wie kommt es denn zu dieser Gewichtung oder zu dieser Auswahl? Der Global Robotics and Artificial Intelligence Thematic Index wählt Unternehmen aus Industrienationen aus, die mindestens 50 Prozent ihrer Umsätze, das kennen wir ja schon, aus Industrierobotern, KI-Anwendungen, autonomen Fahrzeugen oder nicht-industrieller Roboterzielen. Hier haben wir also eine leicht andere Definition als beim iShares ETF und das macht wahrscheinlich am Ende auch den Unterschied in der Auswahl aus. Die Unternehmen müssen zudem mindestens 300 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung haben, also eine gewisse Größe erreicht haben, 300 Millionen ist jetzt nicht sonderlich viel. Und die Gewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung, deswegen auch dieser große Nvidia-Anteil, mit einer Obergrenze von 8 Prozent pro Unternehmen und maximal 40 Prozent für alle Unternehmen, die 5 Prozent oder mehr gewichtet sind. Also das sind auch ganz komische Regeln, da sind wir gleich mal gespannt, was das in der Performance bedeutet, aber man sieht, dass das jedes Mal fürs Rebalancing stimmt, aber Nvidia durch die Kursentwicklung hier schon wieder auf 11 Prozent geschossen ist. Das erklärt auch so ein bisschen wahrscheinlich, warum es hier dann doch eine signifikante Tracking-Differenz gibt, weil das Rebalancing vielleicht nicht ganz synchron zum Index stattfindet. Ja, da ist er jetzt nun, der ARC Artificial Intelligence and Robotics ETF. Wir sehen hier noch die krasse Outperformance zum MSCI World, das ist sehr beeindruckend, man muss natürlich dazu sagen, dass es diesen ETF eben erst seit April 2024 gibt, immerhin ein Jahr. Aber wir sehen schon, mit 97 Millionen Euro Fondsgröße hat er zumindest mal den Global X Robotics ETF überholt, der nur auf 69 Millionen kommt und den es schon ein paar Jahre länger gibt. Also man sieht hier in der Fondsgröße ein starkes Wachstum. 0,75 Prozent TER ist eher groß. Wir sehen hier, es gibt keine Index-Abbildung, weil es sich tatsächlich indirekt um einen aktiv gemanagten Fonds handelt, der als ETF ausgegeben wird. 41 Positionen im ETF, das ist so ziemlich der geringste Wert, zeigt auch, okay, hier wird wirklich Stockpicking betrieben und die machen knapp 50 Prozent der Kursbewegung aus, also die Top 10. Insofern, die ganzen Kriterien gefallen mir zum Beispiel nicht ganz so gut, aber wir werden es gleich im Performance-Vergleich sehen. Vielleicht schlägt sich das trotzdem nieder, weil dieser ETF eben so aktiv gemanagt wird. Hier sieht man ganz hochgewichtete Tesla, Palantir, Roblox, Meta, AMD, Shopify und TSMC, also Taiwan Semiconductors, Amazon. Also hier wirklich komplettes USA-Exposure, 100 Prozent oder 95 Prozent Nordamerika, Kanada, Taiwan und China sind dann zu vernachlässigen. Auch hier werden eben Aktien aus den Bereichen KI und Robotik ausgewählt. Es gibt sechs sogenannte Schlüsselmetriken, zum einen die Unternehmenskultur, Zielerreichung, das ist sicherlich das Spannendste. Also ich weiß nicht, wie oft Tesla seine Ziele nach hinten verschoben hat, aber sie ja immer langfristig irgendwann, nicht ganz als es gesetzt wurde, das Ziel, aber irgendwann haben sie sie erreicht. Wettbewerbsvorteile, Produkt- und Serviceführerschaft, Risiken und Fünfjahresbewertung und eine 15-prozentige jährliche Renditehürde. Das sind so die Kriterien, nach denen die Aktien ausgewählt werden. Da sieht man natürlich, okay, das ist ziemlich viel Glaskugelschauen, hohes Risiko. Sie nutzen dabei ein offenes Forschungsökosystem mit Inputs von Branchenexperten, Sozialmedien und Crowdsourcing zur Identifikation von Investmentchancen. Also man kann jetzt da über die Verteilung sagen, was man möchte. Ein relativ hohes Risiko hatte ich ja schon gesagt, aber natürlich kann es auch funktionieren. Und sie stecken zumindest viel Zeit in Research, ob sich das am Ende ausgeht, ist das Spannende. Bevor wir zum Performance-Vergleich kommen, einen habe ich noch, den Hanna ETF Hans Gintech Megatrend Equal Weight ETF. Unfassbar. Also der Megatrend ETF bietet Zugang zu Unternehmen, die eben sich mit innovativen und disruptiven technologischen Trends beschäftigen. Also Blockchain, Robotics, also alles, was wir jetzt eben auch schon gehört haben. Wir gucken gleich mal genau rein, wie sie es machen. Ein ähnliches Fondsvolumen tatsächlich wie der ARK ETF. Er ist etwas günstiger mit 0,59% TER, aber wie gesagt immer noch relativ teuer für einen ETF. 120 Positionen, also hier schon wieder deutlich mehr als beim ARK ETF und auch nur 12% Top-10-Gewichtung. Also wirklich sehr konträr wieder zum ARK ETF und ihn gibt es auch schon immerhin seit 2018. Auch hier haben wir wieder 62% Nordamerika- oder US-Gewichtung, was relativ typisch ist. Die Unternehmen, die enthalten sind, sind auch teilweise ziemlich groß. Roblox hier zum Beispiel, aber auch Coinbase mit dabei. Aber wenn ihr auch mal auf die Gewichtung schaut, da seht ihr eben, okay, die sind mit maximal 1,5% eher so um die 1% gewichtet. Hier gehen wir also von der Gleichgewichtung aus. Wenn wir dann schon mal die Größe sehen, das sind ja schon dreimal so viele Unternehmen wie beim ARK ETF, bin ich gleich auch sehr auf die Performance gespannt. Wie führt dieser Index hinter diesem ETF die Gewichtung durch? Der Selective Innovative Technologies Index, der schaut sich die Unternehmen an, die sich mit Robotics & Automation, Cloud Computing, Cybersicherheit, autonome Fahrzeuge, Genomik, Social Media, Blockchain, beziehungsweise auch Virtual Reality beschäftigt. Die Auswahl erfolgt dann über eine Methodik mit gleichgewichteter Verteilung, deswegen auch alle um die 1%, um eine Konzentration zu vermeiden und es wird auch ein ESG-Filter angesetzt. Also auch hier ja schon ein relativ starker aktiver Ansatz, den wir hier aber zugegebenermaßen bei jedem ETF sehen, beim ARK ETF wahrscheinlich am deutlichsten. So, mit in den Vergleich ziehen wir noch den X-Trackers Artificial Intelligence und Big Data ETF, den habe ich euch dort schon mal vorgestellt. So, was sehen wir hier im Chartvergleich? Also wenn wir uns den längst möglichen Zeitraum angucken, wo man diese ETFs alle miteinander vergleichen kann, dann ist das eben der 12. April 2024, denn da wurde der ARK ETF aufgelegt. Viel länger zurück geht es nicht und wir sehen die Outperformance hier. Der ARK ETF hat eine fast dreimal so hohe Performance wie die Nummer 2, nämlich der HAN ETF, der hier auf 22% kommt. Und ja, eine negative Rendite gibt es in diesem Jahr sogar beim Global X Robotics ETF, das ist interessant. Der hat also dort am schlechtesten abgeschnitten und auch der LNG, Robo Global Robotics ETF, kommt mit seiner Verteilung nicht wirklich voran. Bemerkenswert ist eben, dass der HAN ETF hier tatsächlich im Vergleich so gut abschneidet, weil er ja doch durch diese Gleichverteilung da schon einen anderen Ansatz wählt als zum Beispiel auch der iShares ETF. Wir nehmen den ARK ETF jetzt mal aus dem Vergleich raus, weil der ja eben tatsächlich, ja, relativ wenig aussagt. Ein Jahr ist dann doch deutlich zu wenig. Dann geht es schon so ein bisschen weiter zurück, dann kommen wir immerhin bis 2021 zurück. Und schwuppdiwupp sehen wir ein völlig anderes Bild. Das ist ja das Spannende bei diesen ganzen Branchen-ETFs. Hier liegt auf einmal ganz deutlich der X-Trackers Artificial Intelligence ETF vorne, der auf über 50% Rendite kommt, während die anderen in diesem Zeitraum alle negative Rendite erwirtschaften bzw. nicht wachsen. Spricht also zumindest dafür, dass der Branchenführer in diesem ETF-Bereich halt über die letzten Jahre auch eine gute Performance hingelegt hat. Und der Branchenführer setzt hier eben ganz klar langfristig darauf, dass die Aktien, die eine hohe Marktkapitalisierung eben auch eine leicht höhere Gewichtung haben, aber trotzdem gecappt sind nach oben hin. Aber wir sehen mit SAP, Meta, Microsoft, Nvidia und Co. sind hier eben auch die Big Player vorne. Und das zahlt sich beim X-Track ETF zumindest in diesem Zeitraum aus. Als nächsten ETF müssen wir den Global X entfernen, der hier in der Performance, wie gesagt, sowieso nicht besonders gut abgeschnitten hat. Wir nehmen ihn also mal raus. Wir können dann bis Januar 2019 zurückgehen und auch da sehen wir, dass der X-Trackers ETF über diesen Zeitraum mit über 200% Rendite doch doppelt so viel Rendite erzielt hat wie die anderen. Hier kommt immerhin der LNG ETF auch auf 70%, aber hängt auch deutlich hinter dem HAN ETF und dem iShares Automation ETF zurück. Also auch hier sieht man wieder, okay, da hat sich der X-Trackers ETF gelohnt. Wenn wir noch weiter zurückgehen wollen, dann müssen wir den X-Trackers ETF rausschmeißen. Dann kommen wir immerhin bis Oktober 2018, aber da sieht man, okay, dass sich zwischen den iShares Automation und HAN ETF nicht sonderlich viel tut. Hier nochmal einen weiteren Vergleich angeführt, nämlich ich habe den MSCI World und den MSCI World Information Technology ETF hinzugezogen. Der MSCI World Information Technology ETF investiert einfach nur breit in Unternehmen aus dem IT-Sektor ohne weitere Filterung. Er ist also deutlich größer und auch simpler in der Abbildung und da sieht man, okay, dieser performt wie so häufig ganz einfach auch nochmal den Rest aus. Man sieht, der X-Trackers Artificial Intelligence Big Data ETF liegt hier auf dem zweiten Platz, weil er im Prinzip eine ähnliche Gewichtung macht. Aber er verliert eben durch diesen Zuschnitt auf die Themen AI und Big Data eigentlich an Performance. Noch schlimmer kriegt es halt nur der Automation und Robotics ETF hin, der halt selbst hinter den MSCI World zurückfällt. Und da muss man wirklich zum Abschluss des Videos sagen, okay, der einzige ETF, der zumindest seit seinem Bestehen den simplen Information Technology ETF schlägt, der ganz stumpf einfach nur in IT-Unternehmen investiert, ist tatsächlich der ARC ETF. Der hat es zum Beginn echt nicht gut gemacht, also als der ETF rausgekommen ist, hat er sogar eine kurze Zeit alles unterperformt, was es so gab im ersten halben Jahr. Schlechter als MSCI World, schlechter als der IT-ETF sowieso. Aber im letzten Jahr über die gesamte Dauer von circa 15 Monaten hat er es dann geschafft, das Dreifache eben vom MSCI World Information Technology ETF und das Fünffache vom MSCI World ETF zu erzielen. Das ist bemerkenswert, auch der HAN ETF hat hier tatsächlich eine leichte Überperformance erzielt. Ich bin also gespannt, wenn wir uns den ETF hier nochmal in einem Jahr angucken, was da wirklich vor sich geht. Ich persönlich bin ja kein Fan von aktiv gemanagten ETFs, das wisst ihr ja. Deswegen würde ich auch keinen dieser ETFs in mein Portfolio nehmen, wenn dann überhaupt den X-Trackers Artificial Intelligence ETF, weil der eben über lange Zeit dann doch eine Überrendite erzielt hat. Aber es macht eigentlich gar keinen Sinn, wie ich eben aufgezeigt habe, denn am Ende hat der X-Trackers MSCI World Information Technology ETF, der gute alte, eben trotzdem alles outperformt. Den verlinke ich euch auch nochmal. Den habe ich mir ganz am Anfang dieses Aktienkanals mal angeguckt. Ja, dieser ETF ist immer noch die einfachste Methodik, wenn man vom Tech- und IT-Boom profitieren möchte. Da hat man zum einen eine geringe Kostenquote. Man hat zwar einen hohen Anteil der Top-10-Aktien, was ich nicht so positiv finde, grundsätzlich aber eine größere Anzahl an Positionen, unfassbar großes Fondsvolumen und eine Performance, die schon besticht. Und eben keinen aktiv gemanagten Fonds, der auch jetzt nur zuletzt über eine kurze Zeit vom ARC Artificial Intelligence ETF geschlagen wurde. Schreibt mal in die Kommentare, für welchen ETF entscheidet ihr euch. Geht ihr auf die Bank MSCI World Information Technology ETF, die sich lange bewiesen hat, oder sagt ihr, nee, ich glaube trotzdem daran, der X-Trackers Artificial Intelligence ETF wird jetzt auch die IT-Branche insgesamt outperformen, oder sagt ihr, nee, ich vertraue darauf, die letzten zwölf Monate hat es der ARC ETF gepackt. Ich liebe das Risiko. Ich gehe dieses Risiko ein und investiere hier eben in einen aktiv gemanagten ETF oder Fonds. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Wir sehen uns am Wochenende mit dem nächsten spannenden Thema. Abonniert gerne den Kanal. Bis dann. Ciao. Ciao.